Und da sind wir wieder bei Part 42. In Part 42? Was weiß ich? Mit Part 42 von Let's Play Rage. Im letzten Part waren wir wieder in der Totenstadt und haben die Ergebnisse da geklaut. Und jetzt wollen wir wieder zu Captain Marshall. Nachdem wir uns wieder Munition angeeignet haben. Bei Koffer, Koffer, Koffer. Was sagst du? Gar nichts. Okay, weiter. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Bei mir gibt es ausschließlich Spitzenqualität. Boah, wir wollen... Warum kann ich mir die Dinger nicht holen? Ah, volle Munition. Ha, bau bin ich gut. Wir wollen mehr. Spam klicken. Ähm, done. Mhm. Danke. Eine Freude. Ja, jetzt kommt das Spannendste von allen. Wir machen Mini-Granaten. Okay. 134, das sollte doch mal für den nächsten Fight reichen. Einfach nur, weil sich diese... Ach, diese Pissdinger hier. Weil sich die normalen Dinger überhaupt nicht lohnen, würde ich mal sagen. Also nicht mehr. So gegen normale Gegner vielleicht, aber... Gib! Obwohl, habe ich die Quest überhaupt fertig? Nö. Also... Die Treppen runterlaufen. Hallo. Du hast einen großen Fund gemacht. Jetzt kennen wir die tödlichen Pläne der Regierung. Das ist ein harter Schlag für sie. Und ein großer Tag für uns. Kriege ich noch eine Kiste? Elisabeth hatte recht, was dich angeht. Ich muss ihr wohl zustimmen. Jetzt müssen wir uns verabschieden. Elisabeth ist schon vorausgegangen und bereitet alles für unsere Ankunft vor. Mach dir keine Sorgen über das Zeug in der Garage. Das wartet auf dich. Aber wir müssen los. Der Preis für deinen Kopf steigt, je länger du hier bleibst. Du bist hier einfach nicht sicher. Wir haben einen Störsender, der unseren Rückzug decken sollte. Wenn du auf unserer Seite bist, komm wieder, wenn du alles erledigt hast. Dann verschwinden wir. Okay. Also, können wir jetzt gehen? Achso, äh, nein, noch nicht. Mach, was du willst. Aber ich kann nicht ewig warten. Erledige, was du erledigen musst. Und komm schnell zurück. Okay, denn ich möchte mir noch mehr Munition holen. Denn das hört sich nach einem großen Kampf an. Komm, verabschieden wir uns noch ein bisschen. Die Straßen müssen sicherer werden. Für jede zerstörte Banditenkarre zahle ich Bares. Schön. Die Regierung hat im Ödland etwas Großes vor. Deshalb sind alle so nervös. Pass gut auf dich auf, Mann. Danke. Hast du noch was zu sagen? Ich werde euch vermissen. Du? Nein. Möchtest du mir noch was sagen? Lass mich raten. Du willst Karten spielen? Nein, ich wollte mich verabschieden. Na, dann nicht. Ja, du sagst auch nichts. Die mögen mich nicht. Wo ist der Typ, der hier immer gepennt hat? Willst du dich noch von mir verabschieden? Die suchen dich. Du solltest lieber so schnell wie möglich von hier verschwinden. Danke. Du, möchtest du mich noch irgendwie verabschieden? Die Regierung schickt angeblich Draumen los. Die suchen nach etwas oder jemanden. Wenn du's bist, pass gut auf. Du willst ihnen sicher nicht in die Hände fallen. Ach. Du weißt gar nicht, wie viele ich von den Leuten schon umgelegt hab. Du? Möchtest du dich noch von mir verabschieden? Nein. Oh, blödmann. Wollen wir mal gucken, wie es dem Wassermann geht. Möchtest du dich noch von mir verabschieden? Hallo? Karlsson? Karlsson? Gib mir deine Kaffeetasse. No. Die mögen mich alle gar nicht. Okay. Wenn mich jetzt nicht mehr der Bürgermeister verabschiedet, dann... Na, jetzt... Jetzt bin ich sauer. Jetzt möchte ich nicht mehr. Kann ich hier rein? Nein. Hat ihr noch was zu sagen? Hey Kumpel, du musst vorsichtig sein. Die Regierung scheint nach dir zu suchen. Du hast Glück, dass du hier geduldet wirst, sonst würde ich dich ausliefern. Nette Worte. Na okay, eigentlich ist es schon nett, aber er formuliert es halt scheiße. Na, du sagst auch nichts, du. Na, dann halt nicht. Hier, ich hab doch so gut für dich die Jobs gemacht. Deine Mütze sitzt schief. Und du hast eine Postkarte an der Stirn. Ah, ja. Sheriff, für dich hab ich doch auch... Ich sag gar nichts dazu. Ähm... Wenn die mich loswerden wollen, müssen die das nur sagen. Ich mein, dann geh ich hier durch den Abfluss. Ja klar, den haben sie auch verriegelt. Sagst du noch was? Nein, okay. Wollen wir mal gucken, ob ich hier oben ins Haus kann. Nein. Ach, wer kann mich denn vermissen? Ach nee, ich wollte grad gehen eigentlich. Ja. Hiervon kenn ich eh kaum einen. Hallo? Obwohl, vielleicht sollte ich mich noch von Rusty verabschieden. Wenn du Autoteile suchst, bist du hier genau richtig. Rusty, ich glaub, ich bin hier heute das letzte Mal. Willst du dich mal umsehen? Mal gucken, was kaufe ich mir denn noch so von dir? Hm. Vielleicht bessere Reifen, bessere Panzer. Also, hier mein ich bessere Reifen oder einen besseren Panzer. Hier, da müsste ich das Ding... Obwohl, ein Hammer... Hm. Also, wenn, dann hole ich mir eine bessere Panzer... Äh, weißt du was? Ich lass es einfach, hau rein. Fahr wie der Teufel, mein Freund. Vielen Dank. Ach ja, die scheinen mich alle so zu vermissen. Du? Hallo? Ach, dann nicht. Naja. Ich werde wohl vermisst werden. Jetzt wollte ich noch kurz zu Koffer... ...meinen Koffer packen. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Ja, ich bin heute das Feinste vom Feinste. Davon hab ich genug. Davon hab ich nicht genug. Brauch ich aber nicht. Brauch ich auch nicht. Äh, obwohl hiervon kann ich mehr Fat Mamas machen. Scharfschütze Munition brauche ich auch nicht. Schrob Munition. Davon werde ich mir wohl noch ein bisschen was mitnehmen. Einfach nur, falls ich nochmal ein bisschen was brauche. Sk-Fab-Trieb Munition. Ähm. Stahl... Nein, das war gar nicht. Nein, das war gar nicht schon. Ich wollte nur Munition. Brauch ich trotzdem nicht. Ähm... Davon hab ich genug... Ja, mehr wollte ich gar nicht. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch ein bisschen was mitnehmen. Ach, danke. Ach, danke. Warte, wie hab ich denn genug Materialien, um mir Sachen herzustellen? Ich glaub ich mach mir jetzt schon mal ein paar... Ähm... Wir wollen ja ausgerüstet sein für den Krieg. Äh, ne Schraubenset brauche ich. Ja, gib. Ich hab nur das Feinste vom Feinsten. Ähm, das hier war das Schraubenset. Genau, dann kauf ich mir noch einen davon. Schönen Tag noch. Vielen Dank, tschüss. So, und jetzt hier Verpeilte. Hast du noch was zu sagen? Nein, ich wette, du bekommst das gar nicht mit, alles. Naja, haut rein, Leute. Ich verziehe mich dann mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Wollen wir noch kurz die Tür hinter uns schließen? Oder vor uns? Und dann durchzugehen. Äh, hi. Noch ein Quick Save. Ich dachte, ich hätte schon einen Quick Load. Also, können wir jetzt gehen? Ja. Perfekt. Gehen wir. Wünsch mir Glück, Leute. Okay. Sieht ein Land aus. Schön, dass du dich uns anschließt. Die Regierung hätte dich sicher bald gefunden, aber du kennst sicher den Spruch vom Regen in die Traufe kommen. Naja, willkommen in der Traufe. Ist das Vertrieb oder was? Sieht oxidiert aus. Irgendein Metall vielleicht. Für mich gibt es nur eins. Die Regierung bekämpfen. Fliegt doch höher. Und das ist so, seit meine Arche aufgetaucht ist und ich gesehen habe, was die Regierung tut. Sowas hätte nach dem Asteroiden nie passieren dürfen. Unsere Regierung hatte einen guten Plan. Aber General Cross hat bloß die Zeitsteuerung der Archen verändert, in denen seine Leute waren. Das hat die Geschichte der Menschheit verändert. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es nicht für immer ist. Boah, geil. Boah, jetzt muss ich voll übel pissen. Das ist Crescent City, oder was davon übrig ist. Unsere Basis liegt genau darunter. Darunter. Du darfst ruhig zu Ende sprechen. Wow. Alles klar. Hier entlang. Stopp! Die Wette gilt. Nein, ich gucke, wie lange der Part ist und vielleicht sehen wir uns dann schon im nächsten Part. Ciao. Ge Glücklichen, wir haben noch vier Minuten. Dreieinhalb. Unsere Basis liegt hinter dieser Tür. Okay. Warte. So. So bin ich ungefähr gleich schnell. Nein, ich bin immer noch schneller. Warum euer Gast leckt mich? Soll ich mit reinkommen, oder? Ich meine, okay, wenn er sagt, hier lang. Willkommen in unserem Heim. Etwas chaotisch, aber uns gefällt's. Okay, Leute. Hier ist unser neuster Gast. Ihr wisst, dass er aus einer Arche stammt, ein harter Bursche ist und alle Jobs erledigt, die er anfängt. Er passt gut hierher. Kurz gesagt, vertraut ihm. Siehst du die zerstörte Arche dort drüben? In der war ich begraben. Aber jetzt nutzt sie Lassard als Operationszentrale. Schön, dich kennen zu lernen. Ja, Captain Marshall war hier drin begraben, aber ich hab die Systeme in Gang gebracht und kann so die Regierung ausspionieren und mit unseren Leuten im Ödland kommunizieren. Genau. Und Elisabeth, kennst du ja? Schön, dich in einem Stück wiederzusehen. Eigentlich ja Dr. Keynes und sie ist der Lösung des Rätsels, was die Regierung mit den Mutanten bezweckt hat, dicht auf der Spur. Jeder kleine Schritt bringt mich der Wahrheit näher. Und Jack Portman da drüben kümmert sich um das Waffenarsenal. Er hilft dir bei allem, was schießt und explodiert. Dich mag ich. Stimmt, es ist so, als hätte ich jeden Tag Geburtstag. Vor allem, wenn durch meine Arbeit Regierungsarschlöcher umgelegt werden. Und über uns wacht Saw darüber, dass unsere Basis weiter unentdeckt bleibt. Ihnen gehört die Autowerkstatt und er hält deine Sachen schon für dich bereit. Du triffst ihn, wenn du nach oben gehst. Cool. Okay, ein paar Dinge musst du wissen. Subway Town über uns ist nicht Wellspring. Die Leute dort wandern auf einem schmalen Grat. Sie halten die Regierung auf Abstand und verhandeln mit uns. Sei vorsichtig. Nimm dich besonders vor Redstone in Acht, dem Boss der Stadt. Er wird dich sofort an die Regierung verpfeifen, es sei denn, du bist ihm von Nutzen. Redstone. Den würde Philipp mögen. Dinge in die Luft zu jagen und die Regierung hart zu treffen, das ist meine Aufgabe. Wenn du so gut bist, wie Eridobus sagt, dann werden wir sicher miteinander auskommen. Der erinnert mich an die Stimme von Fable 3 von dem Dicken. Ja, was soll ich jetzt machen? Okay. Das Erste, was du tun musst, ist Redstone für dich einzunehmen. Schau, ob er was braucht. Sei ihm von Nutzen. Sonst bist du so gut wie tot. Und dann bist du nutzlos für uns. Meinst du, du kannst ein Spiel spielen? Ja, ich glaub schon. Gut. Und denk dran. Krieg ein Gefühl dafür, wie die Dinge hier laufen. Sei ihnen nützlich. Dann können wir mit dem ernsten Zeug beginnen. Okay. Du kannst jetzt hochgehen. Okay. Ich rede nur noch kurz mit den Leuten hier unten und dann werde ich einen Kaffee machen. Ich habe mit der Technologie der Regierung experimentiert, die wir gefunden haben. Und ich glaube, ich habe was wirklich Tolles entdeckt. Was? Ich weiß jetzt, wie man einzelne Bauteile der Regierung zu einem Objekt zusammenbaut, das die Schadenswirkung von Waffen erhöht. Aber nur, solange die Energie dafür ausreicht. Die Teile sind nur schwer zu finden, aber es ist effektiv. Hier sind die Pläne. Du wirst viel Spaß damit haben. Das ID-Drive zu entschlüsseln ist nicht leicht. Ich muss mich konzentrieren. Okay, ich habe irgendeinen Baubdarverstärker. Er hat vor kurzer Zeit den Schaden, den du mit allen Waffen verursachst. Toll. Ähm. Toll. Ne? Bringt mir ja viel. Also, ich werde mich nochmal ein bisschen hier umgucken. Und, nein, da gehe ich noch nicht durch. Erstmal hier. Boah. Das ist so eine eklige Pickelvieh, was ich so gerne abgeschossen habe. Boah. Oh. Ah, genau. Das ist die Karte. Schon total vergessen, dass ich im Hintergrund das Video aufhabe. Stimmt, das hier war das Bild, was ich mir gemerkt habe. Das habe ich aber wieder vergessen. Gut, ne? Oh, wer bist du denn? Hallo, dich kenne ich. Du musst es erfahren. Die menschlichen Mutationen wurden nicht von der kosmischen Strahlung nach dem Asteroideneinschlag hervorgerufen. Die Mutanten stammen aus Regierungsexperimenten mit Nanotriten und Menschen. Fehlgeschlagene Testobjekte wurden im Ödland ausgesetzt, um sich zu vermehren und zu verbreiten. Das ist die Wahrheit. Das müssen die Leute wissen. Wie dumm ist das denn? Fehlgeschlagen. Warum sollen die sich denn vermehren? Sind die dumm? Von wie vermehrt sich so ein... So ein Explosives... Ach nein, die waren auch von... Na, warte, ich will gar nicht hoch. Ähm, oder? Will ich hoch? Ich weiß nicht, von wo... Was kann ich denn hier noch so machen? Ich glaube, hier geht's nur zurück, wenn überhaupt. Okay, dann... Da geht's also hoch. Das heißt, davon mache ich einen Quicksafe und höre dann für die nächsten paar Tage auf, weil morgen wird Mathe geschrieben, übermorgen wird Englisch geschrieben. Wenn ihr das seht, bin ich schon lange fertig damit. Ich könnte euch dann ja sagen, wie es gelaufen ist. Im morgigen Part. Sag ich jetzt einfach mal, weil für euch ist es ja morgen. Naja, wir sehen uns dann morgen. Bis dann und haut rein.